Ich zeig dir meinen Helikopter Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und jetzt heißt es Letzte Tickets sichern für den Schlagerkuchen 2018 am 14. Juli. Hier im Kuchen im eigentlichen Stadion. Ich freue mich auf euch. Und da gibt es natürlich auch ein kleines Special, nämlich mein neuer Song mit Michaela Schäfer im Duett. Can you English please? Und da machen wir auch eine kleine Filmaufnahme mit euch. Und da heißt es richtig, richtig, richtig schön abgehen, wie letztes Jahr, wie 2017, dass es auch richtig cool wird. Das heißt, ihr seid in meinem neuen Musikvideo. Ich freue mich auf euch. Euer Tobi.